Musik Das Archiv für soziale Bewegungen im Freiburger Greta-Viertel. Für seine Seminararbeit hat Abiturient Jonas Riedl hier viel Zeit verbracht. Seine Recherche, die Freiburger Hausbesetzer und ihre Wirkung auf die Kulturszene. Daraus hat er einen halbstündigen Film gemacht. Er zeigt, inwiefern Kulturinstitutionen aus der Zeit der Hausbesetzer heute noch in Freiburg zu finden sind und vor allem, wie sie dorthin kamen. Der Film beginnt mit einer Zeitung, einer geöffneten Zeitung von heute und sie zeigt in vielen schnellen Schnitten die ganzen Kulturangebote, die es an einem Tag in Freiburg gibt. Und mehrere Seiten voll. Und dann gibt es einen harten Schnitt. Dann wird nochmal eine Zeitung geöffnet und sie zeigt eben das Jahr 1975, glaube ich, und den Kulturausschnitt. Und der ist vielleicht ein Zehntel von einer Seite groß. Und dann beginnt eben ein Zeitzeuge zu reden, der sagt, das Nachtleben in Freiburg in früheren Zeiten war noch sehr fade oder so. Um einfach zu zeigen, da ist in dieser Zeit eine Lücke irgendwie und da ist sehr viel passiert, dass eben Freiburg zu dieser bunten kulturvielfältigen Stadt geworden ist. Kultur von unten lautete das Motto in den 1970er und 80er Jahren. Viele, vor allem alternative Kulturinstitutionen in Freiburg, gehen auf diese Zeit der Häuserkämpfe und Hausbesetzungen zurück. Dass früher da eben sehr viele Impulse gesetzt wurden, auch bei der Stadt, dass sie richtig Druck gemacht haben. Hey, da muss was passieren. Wir brauchen unsere Freiräume in solchen Kulturinstitutionen. Und ja, dass da eben in diesem Zeitraum passiert. Damals entstanden Veranstaltungsräume, die es heute noch gibt. Wie zum Beispiel das Theater im Marienbad, das E-Werk oder das kommunale Kino. Für seinen Film hat Jonas Riedl die Orte von damals mit der Kamera besucht und ihre Macher zu Wort kommen lassen. Die meisten Zeitzeugen waren sehr offen dem Thema mir gegenüber. Auch ganz interessant zu sehen, weil viele waren da eben in Jugendlicht zu dieser Zeit. und da hat man dann natürlich noch so Hirngespinste, wenn man das so sagen kann. Und viele haben sich eben total von ihrer politischen Einstellung damals differenziert. Und Leute, die früher Punks waren, sitzen heute irgendwo in der Stadtverwaltung oder so. Und andere sind da tatsächlich auch noch so drin geblieben mit ihrem Mindset. Und, aber alle waren eigentlich sehr, sehr erfreut darüber zu reden. Auch gerade, dass ich mich dafür interessiere. Und ja, das lag vielen auch am Herzen, so weiterzugeben, was sie in dieser Zeit ja tatsächlich auch geschafft haben. Viele der Zeitzeugen sind prägende Freiburger Persönlichkeiten. Wie der ehemalige Oberbürgermeister Dr. Rolf Böhme. Das Interview mit ihm ist Jonas Riedl besonders in Erinnerung geblieben. Da war es einfach ein riesiges Glück, dass ich den noch vor die Kamera bekommen habe, weil er hatte einen Schlaganfall. Wir haben uns zweimal getroffen. Das erste Mal ging es ihm nicht wirklich gut. Er hat in kurzen Sätzen geantwortet. Und das war auch noch ohne Kamera. Und ich habe gedacht, okay, ein Interview wird da wahrscheinlich schwierig. Und dann bin ich ein zweites Mal zu ihm gegangen und mit Kamera eben. Und da hatte er einen super Tag und hat einfach frei rausgeredet, war gar nicht zu stoppen. Und das war dann tatsächlich auch das letzte Interview, was mit ihm gemacht wurde, weil er eben danach gestorben ist. Aber das war eben eine Riesenehre für mich, ihn nochmal interviewen zu können. Und ja, Riesengeschenk auch. Heute ist alternative Kultur in Freiburg allgegenwärtig. Dass sie auf die Hausbesetzer-Szene zurückzuführen ist, wissen nur noch wenige. Dabei prägt sie die grüne Stadt. Für Jonas ist das auch ein Stück Heimat. Was für mich Heimat auch ausmacht, ist so ein bisschen die Mentalität, mit dem einen die Menschen begegnen. Und ja, die finde ich in Freiburg eben sehr angenehm. Und ja, deswegen, Freiburg ist ja nicht die einzige Stadt, die vielleicht ein bisschen grüner tickt, weiß ich, ob man das so sagen kann. Aber dafür würde ich mich bestimmt auch in ganz vielen anderen Städten in Deutschland zu Hause fühlen. Deswegen, ja, Heimat hängt auch viel mit den Menschen zusammen. Und ja, Heimat auch viel mit den Menschen zusammen.